Mein Name ist Harald Stiegel, ich bin Geschäftsführer der Harald Stiegel Metallbau GmbH. Das Unternehmen ist vor 130 Jahren von meinem Urgroßvater gegründet worden. Nach meiner Meisterbrüche habe ich die Firma von meinem Vater genommen. Die Betriebsstätte wurde modernisiert und ausgebaut. Die Firma beschäftigt zurzeit vier Mitarbeiter. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt im Brandschutz. Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen. Darüber hinaus bauen wir unter anderem Handläufe, Türen und Schaufensteranlagen. Wir reparieren auch ihre alten, bestehenden Anlagen, auch wenn wir diese nicht selbst geliefert haben. Wir sind ein flexibles und gut ausgebildetes Team, um in der Lage, schnell und nachhaltig ihren Auftrag umzusetzen. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.